Ist das Eiscreme? Ja, Peanut Butter Chocolate. Ja, mit dem Eis. Nein, ich brauch das. Meine Süße hat Schluss gemacht. Willst du Bridget Jones? Gib mir das Eis. Rücken weg, kleiner. Mehr mit dem Eis. Niemand kriegt hier Eis. Wir gehen feiern. Solange du Single bist, bleiben wir auch Single, Mann. Wollt ihr einen Pfefferminz? Schmeckt komisch, Alter. Weil es Potenzpillen sind. Vier Stunden saufen wie Keith Richards und du kriegst trotzdem einen Hof. Ich hab zu viel Viagra genommen. Ich muss den schiffen. Dann machst du horizontal. Horizontal? Das ist das ganze, was ich hier gehört hab. Wahnsinn, Alter. Das funktioniert wirklich. Na logisch, funktioniert das. Da starte ich eine an, am Ende der Bar. So war das echt nicht geplant. Ich wollte dich 40 Tage oder so zappeln lassen. Ich wollte dich auch zappeln lassen. Dann ist mir eingefallen, ich bin ein Kerl. Wir sollen höchstens zweimal die Woche ein Mädel treffen und du trittst sie zweimal am Tag. Was läuft da zwischen dir und Chelsea? Was willst du hier eigentlich? Was zum? Hey, das kommt jetzt falsch rüber. Ach, wirklich? Oh, was heißt das? Wie würdest du denn unsere Beziehung definieren? Wie, Sekunde. Ihr zwei habt eine Beziehung? Ich hab versucht, so zu tun, als wäre alles beim Alten. Hey, komm her, Mann. Keine Umarmung ohne Hose. Alles klar. Wird respektiert. Jungs, ich weiß nicht, was soll ich machen? Wo ist die Frau jetzt? Sie organisiert eine Dress-Up-Party. Dann würde ich sagen, du bist der Typ mit dem schärfsten Outfit. Das ist also nicht die Art-Dress-Up-Party. Was hast du bitte an? Party im Haus. Dödel raus. Ist aber nicht mein echter Schwanz. Was du nicht sagst. Das sind meine Eltern? Ich tue einfach so, als würde das jetzt nicht passieren. Hi. Oh. 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 Ein Penis-Colada. Ähm.